Führt eine Smart Factory zur Kosteneinsparung? Was sind die zentralen Ansätze dafür? Kann ich eine Smart Factory auch umsetzen, ohne dass ich die lokale IT einbinden muss? In unserem kostenfreien Webinar Smart Factory Kick-Off geben wir Ihnen einen Überblick über Industrie 4.0 und die Smart Factory. Anhand von konkreten Beispielen zeigen wir Ihnen, wie sich unnötige Bestände identifizieren lassen. Wir zeigen Ihnen, wie sich indirekter Personalaufwand und Suchaufwände reduzieren lassen und sonstiger Verwaltungsoverhead wirkungsvoll eliminieren lässt. Aber ist die Kosteneinsparung wirklich das Einzige, wozu man eine Smart Factory gebrauchen kann? Wir beweisen Ihnen das Gegenteil. Anhand von konkreten Beispielen von Vorreitern aus Ihren Branchen zeigen wir Ihnen, wie sich diese Firmen gezielt durch die Digitalisierung ihrer Wertschöpfung einen Wettbewerbsvorteil verschafft haben. Neugierig geworden? Dann würde ich mich freuen, Sie auf unserem kostenfreien Webinar Smart Factory Kick-Off begrüßen zu dürfen. Wir starten im Januar und werden dieses Webinar dann alle zwei Monate wiederholen. Bis dorthin, Ihr Jochen Schlick. Bis dahin! Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020